Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Das historische Zentrum von Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, an der Mündung des Douro in den Atlantik, gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO, aufgrund seiner an die ruhmreiche Vergangenheit der ehemaligen Kolonialmacht erinnernden Architektur. Portugal ist seit mehreren Jahren bei französischen Bürgern, die sich in einem anderen EU-Staat niederlassen oder dort ihr Geld anlegen wollen, sehr angesagt, aufgrund der Nähe zu Frankreich, des Klimas, der um 30 Prozent niedrigeren Lebenskosten, der freundlichen Einwohner und einer dynamischen Wirtschaft. Heute berichten wir aus einem Land, das inzwischen als attraktiv gilt, aber Höhen und Tiefen erlebt hat. Bedeutende Kolonialmacht, Armenhaus Europas und nun ein Wiederaufschwung, allerdings mit Einschränkungen. Portugal träumte als kleines Land in Europa immer von Größe und wagte sich dazu aufs weite Meer hinaus. In seinen heutigen Grenzen hat Portugal eine Fläche von knapp 92.000 Quadratkilometern, von denen gut 3.500 auf Madeira und die Azuren entfallen, die letzten Überreste eines riesigen, inzwischen untergegangenen Kolonialreiches. Portugal hat 10,4 Millionen Einwohner und gehört seiner Fläche und seiner Bevölkerung nach zu den kleineren Staaten Europas. Das Land nimmt nur ein Fünftel der iberischen Halbinsel ein, die meisten seiner Flüsse entspringen im einzigen Nachbarland Spanien und die portugiesische Sprache entstand in Galicien, heute eine spanische Region. Lissabon besteht jedoch auf seiner Unabhängigkeit von Madrid und der Verlauf der 1200 Kilometer langen Grenze zwischen beiden Ländern hat sich seit dem 13. Jahrhundert kaum verändert. 1249 endete mit der Schlacht von Fado unter König Alfons III. die portugiesische Reconquista, die Wiedereroberung durch christliche Truppen des muslimischen Al-Andalus. Diese begann im Norden in der Grafschaft Portugal und endete in der südlichsten Provinz des Landes, der Algarve. 250 Jahre vor der Eroberung von Granada, mit der 1492 die spanische Reconquista endete, vollendete Portugal damit die Vereinigung seines Staatsgebiets, was es zu einem der ältesten Nationalstaaten Europas macht. Aber Portugal fühlte sich von jeher eingeengt in Europa und aufgrund der 848 Kilometer langen Küste begann es sich sehr früh auch für den Atlantischen Ozean zu interessieren. Anfang des 15. Jahrhunderts begann man auf Betreiben von Heinrich dem Seefahrer, dem Gouverneur der Algarve, die Meere zu erobern. 1415 nahm man in Marokko Ceuta ein. Das war die erste militärische Eroberung jenseits des Meeres. Anschließend entdeckte man Madeira und die Azoren. Portugiesische Seefahrer umschifften anschließend 1434 das Cap Bojador und errichteten Handelsniederlassungen an der gesamten Westküste Afrikas bis zum Cap der Guten Hoffnung, das Bartholomeo Dias 1488 umfuhr. 1494 wurde im Vertrag von Torre de Silias unter Vermittlung von Papst Alexander VI. Portugal die Herrschaft über alle noch zu entdeckenden Gebiete in der östlichen Hälfte der Welt zugestanden. Der später Amerika genannte Kontinent ging an den Rivalen Spanien. Im 16. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt seiner Macht, erstreckte sich das Weltreich über drei Kontinente. Nach Afrika hatten die ersten Entdeckungsfahrten geführt. In Südamerika hatte Cabral 1500 das künftige Brasilien, das Schmuckstück des portugiesischen Überseereiches, entdeckt. Und in Asien hatte Vasco da Gama Calicat im heutigen Indien 1498 erreicht. Der Indische Ozean glich in der Renaissance einem portugiesischen Binnenmeer, das von Goa aus beherrscht wurde. Von dort aus brachten Missionare das Christentum auf den malaischen Archipel, gelangte nach Japan 1542 und ins chinesische Makao 1557. Und über Goa brachte man auch die Gewürze aus Asien nach Europa. Bis ins 19. Jahrhundert sicherte das riesige Handelsnetz in Übersee den Reichtum der portugiesischen Krone. Das kleine Portugal spielte also in der Geschichte des Abendlandes eine Rolle, die in keinem Verhältnis zu seiner Landfläche stand. Aber der unermessliche Reichtum, der jahrhundertelang aus Übersee ins Land floss, trug zur Entstehung einer Rentenökonomie bei, für die eine wirtschaftliche Entwicklung nicht unbedingt erforderlich war. Die Unabhängigkeit Brasiliens, die im September 1822 ausgerufen wurde, verdeutlichte die Abhängigkeit des Mutterlandes von seinen Kolonien. Da nun kein Gold mehr aus Amerika kam, begann man vermehrt Afrika zu erkunden. Ab 1875 erforschte man das Hinterland im späteren Angola und im späteren Mosambik und es gelang sogar, die beiden Kolonien 1890 zu verbinden. Die berühmte rosa Karte, Mapa Cor de Rosa, sollte der Grundstein für eine Neugestaltung des Kolonialreiches in Afrika werden. Aber sie störte das britische Projekt eines durchgehenden Kolonialreichs vom Kap bis Kairo. Portugals Macht in Afrika ging daraufhin zwar zurück, trotzdem akzeptierte es nach dem Zweiten Weltkrieg als letztes europäisches Land die Unabhängigkeit seiner Kolonien. Denn als andere Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangten, regierte Salazar, der seit 1932 an der Macht war, sein Land immer noch mit harter Hand. Sein Regime versuchte den Mythos von der Großmacht Portugal aufrecht zu erhalten, um das Nationalgefühl anzufachen. Aber seine kostspieligen Kolonialkriege in Angola, portugiesisch Guinea und Mosambik erschöpften das Land. Schließlich war es die Armee selbst, die die 40-jährige Militärdiktatur beendete und dem Land zur Demokratie verhalf. Nach der Nelkenrevolution von 1974 ging die Entkolonialisierung sehr schnell vonstatten. Und nach dem Verlust seines Kolonialreiches musste Portugal das tun, was es lange vernachlässigt hatte, sich auf seine Zugehörigkeit zu Europa zu besinnen. 1976 wurde Portugal in den Europarat aufgenommen und 1986 trat es der EWG bei. Gemeinsam mit Spanien und den bisherigen Mitgliedstaaten bildete es nun die Zwölfergemeinschaft. Das Land holte seinen Rückstand gegenüber den anderen EWG-Staaten rasch auf. Die Wirtschaft wurde modernisiert, die Verkehrsnetze wurden ausgebaut und das Land öffnete sich dem Tourismus. 1998 feierte man in Lissabon mit einer Weltausstellung den 500. Jahrestag der Landung Vasco da Gamas in Indien. 2008 wurde der Aufschwung durch die Finanzkrise zwar jäh gestoppt, aber auch diesmal konnte sich das kleine Portugal durch einen Sonderweg aus der Affäre ziehen. Während sich in Europa eher ein konservativer Diskurs durchsetzte, gelang 2015 dem vormaligen sozialistischen Oberbürgermeister von Lissabon, Antonio Costa, die Bildung einer Koalition aus Sozialisten, Kommunisten, Grünen und dem linksradikalen Bloco de Esquerda, die von ihren Gegnern als Scheringonza, als Dingsbums bezeichnet wird. Das Dingsbums funktioniert aber recht gut. Die Arbeitslosenquote ging von 16% auf 8% zurück und mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2% vor der Corona-Pandemie lag Portugal über dem EU-Durchschnitt von 1,5%. Dieser Erfolg war ebenso spektakulär wie unerwartet, aber es gibt nach wie vor strukturelle Schwächen, sowohl im Inland als auch in den Beziehungen zur EU und zum Rest der Welt. Die wirtschaftliche Entwicklung kam vor allem den Ballungszentren und den Küstenregionen zugute, wo die Bevölkerungsdichte am höchsten ist. Im Hinterland ist die Einwohnerzahl seit 50 Jahren um 40% gesunken. Die Menschen ziehen vom Land in die beiden größten Städte des Landes, Lissabon und Porto, aber vor allem ins Ausland, wodurch Portugal weiterhin ein Auswanderungsland ist, vor allem für junge Akademiker. Zurück bleiben geringer qualifizierte und ältere Menschen. Portugal nimmt den fünften Platz bei den am schnellsten alternden Gesellschaften ein, nach Japan, Italien, Griechenland und Finnland. Eine weitere Schwäche ist die Abhängigkeit Portugals von den europäischen Strukturfonds und seine hohe Verschuldung. Und es fällt ihm schwer, sich in der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder durchzusetzen, vor allem gegenüber Brasilien unter Jair Bolsonaro. Letztendlich versucht Portugal, doppelgleisig zu fahren. Es ist nach Jahrzehnten der Diktatur in der Europäischen Union verankert, aufgrund seiner Geschichte und seiner Lage, aber auch auf den Atlantik ausgerichtet. Als Gründungsmitglied der NATO seit 1949 beherbergt Portugal einen maritimen Kampfverband bei Lissabon sowie einen US-Luftwaffenstützpunkt auf den Azoren und seine ausschliessliche Wirtschaftszone umfasst mitsamt Kontinentalsockel fast vier Millionen Quadratkilometer. Von der euroatlantischen Außenpolitik zeugt diese Karte des portugiesischen Bildungsministeriums mit der offiziell beantragten Erweiterung des Festlandsockels, auf der zu lesen ist, Portugal ist mehr. Im Juli 2020 fragte die Zeitung Diario de Noticias, ob man weiterhin vom portugiesischen Wirtschaftswunder sprechen sollte. Portugal habe vor nicht langer Zeit noch als armes und rückständiges Land gegolten und gelte nun als innovative, aussenpolitisch aktive, fortschrittliche und gut regierte Nation. In der Geschichte Portugals gab es also Höhen und Tiefen, erst Grossmacht, dann zurückgebliebenes Land in Europa und nun im Aufschwung begriffen. Ein kleines Land, das wieder gross geworden ist. Aber das könnte sich auch wieder ändern. Zum heutigen Thema empfehlen wir Roter Staub, ein Buch von Isabela Figueiredo über Mosambik am Ende der Kolonialzeit. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und unsere geopolitischen Aspekte auf arte.tv und in den sozialen Netzwerken. Bis bald!